Bandha-Majorasana ist der Lotuspfau, wörtlich der gebundene Pfau oder der Pfau, der verschlossene Pfau. Komme zum Lotus und von hier gib die Knie auf den Boden, hebe das Becken hoch, sodass die Oberschenkel senkrecht sind. Dann gib die Handflächen auf den Boden, die Ellbogen in die Nabelgegend, halte den Kopf oben und gib dann die Knie nach hinten. Diese Stellung ist Bandha-Majorasana, auch genannt Bada-Majorasana, Padma-Majorasana und Bada-Kiki genannt. Dieses Majorasana ist für Menschen, die den Lotuskönnen leichter als die Majorasana-Grundstellung. Du kannst sie etwas länger halten, als wenn du die Beine nach hinten ausgestreckt hast.